Hallo, noch ein weiterer Tipp zur Cinema 4D, zur Navigation diesmal. Gestern habe ich auf einer Veranstaltung in der Schweiz einen der Produktdesigner von Maxon kennengelernt, Dave Drayton. Er hat mich darauf hingewiesen, dass bei der Navigation im Editor die Drehung immer entgegengesetzt der Mausbewegung erfolgt. Was mir noch gar nicht aufgefallen ist, wenn ich die linke Maustaste drücke und die Alt-Taste, dann bewegt sich dieser Körper tatsächlich entgegengesetzt der Mausbewegung. Gut, jetzt wo ich das weiß, stört mich das natürlich auch. Und er hat mir auch gezeigt, wo man das umstellen kann. Es ist unter Bearbeiten, Programmvereinstellungen und im Bereich Eingabegeräte gibt es die Option Orbit umdrehen, die kann man anklicken. Es stellt sich natürlich die Frage, warum das nicht von vornherein so ist, jetzt wo man es weiß. Und dann ist alles logisch. Maus geht nach links, Körper dreht sich auch nach links und umgedreht. Das war es schon. Jetzt, wo Sie es auch wissen, können Sie es vielleicht auch ändern. Also, viel Spaß, weiterhin. Tschüss.